So und herzlich Willkommen zu einer ganz neuen Folge mit der Latemonia, Tormos Koptos, der Viertermann, Ostwind LP, Zerko und... Ach der Sack machte ich schon, wo das mitbekommen ist? Meines Erachtens bin ich auch glaube ich mit dabei. What? Ne, da spiel ich nicht mit. Oh, Heike, dich stupse ich nochmal zurück. Dich stupse ich nochmal zurück. Das nächste Mal stupse ich dich von der Kante, einfach ein Berg runter. Boah, sowas würdest du tun tun. Doch, mach ich. Weil wir zu hinterher einen Killer aussuchen wieder. Nielsen, Führer. Der Verein, der rennen kann, weil das gerade, das hinterhergemache, das war gerade echt mies, also. Nielsen. Führer. Führer. Und ich werde auch mal anderen Überlebenden jetzt mal ausprobieren. Und zwar einen, der mehr Glück hatte, die ist ganz niedlich. Was kann ich auf die jetzt meinen? Das Bier geht heute weg, wie warm wir sind, heute ist es. Wie? Ist da Wurst drin? Ich bin doch heilig. Oh, Mensch, das könnt ihr doch nicht aussuchen. Der hat gehackt, das mit Zwiebeln. Oh, geil. Naja, ohne Zwiebeln. Nennt man auch Trucker, ähm. Was darf ich jetzt? Ist in Ordnung. Zwiebeln und Käse. Wir wissen alle, was du meinst. Okay. Oh, hier. Der F. Houston ist auch von der. Hey, guys. Tobi, Mann. Hallo. Die Bombe ist mit die Currywurst. Die Bombe ist ganz so lecker. Ich? Ich? Good luck and have fun. Nein, nein. Wie? Nein, nein. Das kann nicht nein, nein sein. Nein, nein, nein. Ich falle. Ne, Österreicher. Ich springe. Ich springe. Weißt du, dass du's bist? Ich denke mal, ich bin's. Ne, bin ich nicht. Ich bin's. Pergrösses. Oh Gott, oh nein. Ich setze mich in die Ecke und weine. Ich trinke mein Tür, ich gehe ins Bett. Tschüss. War schön mit euch. Ja, Mama, ich werde meine Rache bekommen. Dero, du bekommst gar nichts. Das ist das Einzige, was du bekommst, ist ne Arschdrück. Das rein aufs Maul kriegst du. Du bekommst ja nicht mehr einen Hoch, Mensch. Ich bin schon, hallo, ich bin schon Längs, Längs. Du bist nicht, du bist nicht Längs, jung. Du bist nicht, ich wollte gerade sagen, du bist nicht Längs, jung. Ja, echt jetzt, ich fühl mich ja jetzt mal. Was ist mit Längs, jung? Ich war ja gegen wen und ich krieg gar nichts mit. Ach, Quatsch, ist der noch drinne, ist der noch drinne, der Längsie? Ja, klar. Der Längsie, ist der Längsie. Er, er guckt mir halt, 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 halt zu. Manche sind halt Querdenker und er denkt Längs. Hallo, hallo, Längs, jung. Oh, zieh doch die Sätze nicht immer so lang. Mensch, ich krieg das immer nicht zusammen. Hast du gerade ein Pro- Geblieben mit, äh, mit einer Sprach- In der Sprach-Königkeit handelt? Tut mir leid. Du bist dick. Du bist fett. Ach, was? Ach, was? Ach, was? Das rennt wie. Sag mal, das nett zueinander. Zerko fetzt, der ist cool. Ich hab übrigens gerade die Polizei- Zerko kann man auch schön rum- Und Zirko kannst du auch schon rumbämsen noch. Warum passiert das, wenn ich die Polizei rufe? Hast du mal einen Film zu? Wer bist du? Wer bist du? Zirko kann man nicht reparieren. Zirko kannst du nicht reparieren. Der ist so wie er ist. Nein, von mir ist er keiner. Was? Komm her, komm her, komm her. Wie? Ich kann nicht rennen. Wie bindet ist das? Ja, was hast du denn wieder genommen? Hast du die wieder in den Rollstuhl genommen, die alte oder? Du hast die wieder in den Rollstuhl genommen? In den Rollstuhl. Ich habe eine Batterie, die kann ich dir geben. Gibt es hier auch irgendwo einen Keller? Dass ich so ein bisschen dbd viel hinkriege? Dani, hau es schon rein, du hast. Oh mein Gott. Wir schreiten hier schon wieder rum? Na Dani, hau jetzt rein. Und der Bamsen, nein. Ey, hier sind doch irgendwo Pullen mit drinne. Die ganzen Schubfächer sind schon leer. Das kann doch wohl nicht sein. Osman, komm her. Nein, hau ab. Ich will nicht. Oh Latemonia, komm mal her, ich habe eine Flair für dich. Ich bin tot. Könntest du mal bitte in den Nacken schießen? Was, du sagst nicht Nacken schießen? In Nacken. Ne, das hast du niemals gesagt, du hast was anderes gesagt. Nein. Das Wort, das Wort mit K und dann Nacken. Und Nacken? Wer will, kann später gerne mal bei YouTube bei mir reingucken und dann wird er sehen, was ich gesagt habe. Wie arm ist das denn? Wie arm ist das denn? Thomas, du bist auf YouTube? Ja. Kannst du Thomas Koptus eingeben? Koptus, Koptus. Thomas Koptus. Honey, Thomas, warum habt ihr die Folge, wo ich Killer war? Weil die scheiße war, weil du einfach nur Killer warst. Weil das nur die Übungsfolge war und die wollten wir eigentlich nicht aufnehmen. Na, Trottel. Das war... Wir haben die Übungsfolge mit Zerko auch nicht mit reingenommen. Ja, nimm doch selber auf. Na, mach doch das, mach sie doch selbst. Mach sie doch selbst. Boah ey, ihr seid... Huiuiui. Und zu mir sagen, ich bin sexistisch, ja. Ne, ja. Ich? Latemonia ist die Schlimmste. Wie sagst du dir? War ich? Ja, definitiv. Du bist die Schlimmste. Wieso behauptest du dir jetzt sowas? Nein, weil ich das weiß. Du scheinst vom Äußeren so nett und lieb und innerlich bist du so versaut. Soll ich dir mal die Marete in den Nacken rammen? Soll ich dir mal gleich deinen dicken fetten Arsch wegrammeln, Alter? Tobi, Tobi bitte nicht. Ich will nicht. Ich will als Erste sterben. Komm her, komm her. Ich bin doch der Erste gewesen. Oh, 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 oh. Hm, hm. Ich bämst dich gleich. Ja, hm, hm, hm. Ich weiß, aber hm. Ich weiß, wohin. Quatsch. Ja. Kommst du mit? Na voll, ich... Was denn? Ich rabbel ja nur deinen Arsch und her. Bin da. Gib die Rückendeckung. Oh, wie lange. Jetzt vergessen. Stirb doch. Ha, 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 ha. Ja, ein Rage-Quietsch. Einen Rage-Quietsch. Einen Rage-Quietsch. Thomas, es läuft doch mal zu schnell. Ich hab'n dickeren als du. Red nicht. Ich würde dir jetzt sagen, da musst du erstmal beweisen, aber das wird nicht. Tom, geh weg. Geh weg, bitte. Thomas, du hast dafür eh keine Ausbildung. War ich nicht schnell genug? Geh weg. Nein, ich hab gar nichts gemacht. Okay, okay, okay. Ich hab doch gar nichts. Ich hab keine Waffe, nichts. Sag's doch. Bleib mal dein Foto vorhanden. Oh, komm, du hast recht. Okay. Okay, bitte. Hast du, hm? Nein. Ich hab' keine Waffe, nichts. Ich hab' auch kein, hm. Tobi, ich hab' keine Waffe, hör auf. Also, warum hast du noch die Schraube? Ich hab' keine Waffe. Und so, ne? Mama ist halt der Netzwerke. Nein, ich hab' dich lieb. Ich hasse dich, ich hasse dich. Ich hasse dich, ich hasse dich so sehr wie ich dich hasse so sehr. Kann man gar nicht hassen, so hasse ich mich. Jetzt muss ich dir auf WhatsApp den Dani suche, um zu sagen, was ich noch brauche, ja. Ich weiß, was ihr braucht. Ah, weißt du? Okay. Mhm. Mhm. Es geht jetzt nur noch mhm. Wir brauchen jetzt noch mhm. Mhm. Ähm. Mh. Mh. Ich hab's dir grad geschrieben. Was sind denn die, äh, Autoteile oder die Schiffsteile, die man finden muss? Also, Schiff, da brauchst du Holz und Segel. Motor. Ich trink dir gleich nen Arsch. In den Rehling? In den Rehling, dass du drüben springen kannst und runter reiern kannst. In Kiel, in Kiel, ne? Kiel holen. Ganz wichtig. Ach, Kiel, was willst du in Kiel? Wir sind doch hier im Lake. Was willst du denn mit Kiel? Kiel. Kiel ist cool. Lademonian, wenn du das so weitermachst, tame ich dich, dann gehörst du mir. Was? Kiel? airiker und Kiel jünger. Krise erst mit Narkotika. usa Da kriegst du, erst mal nen Necrophiliebären. What? Ja, du nen 응 mikrophiliebären. Echt jetzt mal? Lengsjung ruhe bitte. Ah, längsjung. Nein, Lengsjung kann ruhig reden. Nein. reci nein Nein, Lengsjung fett. Lengsjung rullz, man! Rabbi Rullz, der wollte genau. Da längs jungen lenkt Der war scheiße, ich mach gulasch, Junge Auch scheiße da? Ja, Liliana ist echt so, Männer Was von Liliana? Ich weiß ja nicht, was ich Tobi getan habe Weil ich bin immer so lieb und nett und harmlos Und lieb und nett und ich bin immer harmlos Hoffentlich, ja Schieß dir in die Fresse Angeschissen Meinetwegen auch das Nicht weitergehen, nicht weitergehen Ja, ich weiß Hinten hinterschieben, der bewegt sich jetzt Ähm, Thomas Echt jetzt? Hau ihm die Beine ab! Ja, ich geh aber hin drum Du Schwein Aber trocken, es regnet ja nicht Dani, wenn du hast, sagst du Bescheid, ja? Ich hab was anderes Was hast du? Irgendwer, welches gerade am Sterben tun Okay, Dämonia macht kann was anderes Daniel, Daniel wird jetzt fast zum Schluss Bei Latamodia steht da, die Crackt gerade Also die Cracket Was? Du Crackst Ich bin Crackt Ja Ey, voll Crack, ey Ich hab ihr Genick gebrochen Naja, die Crackt Möchtet noch jemand ein bisschen Crack? Trogenopfer Was macht denn der da hinten? Äh, schieß mal auf den Was macht der denn? Lalalala Mit seiner komischen Mit Frisur da Ey, ich mag dich Ich mag dich Ist du vorbei? Oh, ich hab's gehört Wer war das? Dani Du bist ein böser, böser Mann Heike ist Crackhead Ey, die Mucke ist geil Ey, ich hab Dani voll verführt Lad dir doch einen Soundtrack runter Die ganze Nacht anhören, du Blödmann Dich mag ich Dich töt' ich Zungenschluss Ja, ja, du magst Züge Ich will's schon Lass es sein Ich mag Züge Also manches stört mich noch Ich kann auch den, den, den Zugzerstörer Stört Zerco Zum Beispiel Auf engen Raum Hat er mich getroffen Aber ich konnte nicht zuschlagen Weil ich nur die Wand getroffen habe Na, den, den müsstest du doch kennen Was? Den Zerstörer? Den Zugzerstörer Ich mag Züge Ja, und ich hol den Zugzerstörer Nein, nein, nein Doch, 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 doch Nein, nein, nein Sag mal, hat da irgendjemand von euch Ähm, ähm, mhm Nein Nein Was? Drück M, dann weißt du, welche Was mhm ist Ja Kann ich, weil ich Wer lebt denn eigentlich noch? Da seht ich ja auch nicht da Oh, der Hexer Seid small aus, die Äh, äh, Thomas, sorry Ah, ja Da ist nicht alles gleich Thomas? Ja? Oh, sehr gut, Hammy Ich guck dir die ganze Zeit auf deinen Knacken Das sieht aber eigentlich geil aus, ja Welches Lied mir grad in den Sinn kommt Äh, ich hab verstanden, so ein Blute oder so Ich hab' ich aber auch verstanden Vielleicht kann man ja ein ähnliches Lied draus basteln Oh, kann so aber auch sein lassen Äh, I'm Blue and Drunken Das ist dumm, ich hab' keine Map Der muss ja halt durch Oh, ne Schrammelfaddy völlig losgelöst Von der Erde Wenn ich losgelöst Und der Huch Hallo Alter, du setzt mich gleich hier auf diesen Feuerlöscher und fliegt einfach weg wie Hexe-Papa-Jagre, Alter Äh, ich lass' mit dem Feuerlöscher machst du dir irgendwo rumsteckst, ah Hm Ich hätt' ja jetzt wieder nicht widerstehen können, ich hätt' jetzt da der geringelten Tusti mit dem Baseballschläger Ich kann hier mal hin, bis da dein Loch ausbrennen, dass du mal wieder ordentlich auf Toilette kannst, mein Freund Mit wem redest du? Mit Thomas Keine Ahnung Hallo Ich hab' mich nicht angesprochen Ja, würd' ich auch nicht, ey, du wirst doch kein Loch brennen in diese wundervolle blaue Hose Scheiß auf die Hose Alter Die Hütte auf die Hose? Das Club ist hart Halt's Maul Ich geh wieder raus, ich hab' schnell zu bellen Hast du? Hmhm Hä? Was ist das? Was ist das? Holy shit Holy shit Oh mein Gott, was ist da passiert? Klotz noch mal die Schränke wahren Ich hab' die Map Oh, die Hotfans liegt da! Yikes Du kannst auch hingehen und weiter der auf'n Arsch gucken, ich verrate dich nicht Ah, was macht denn? Ohhhh, das soll die doch nicht machen Du sollst die hochnehmen Woah Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Fick dich Zerbro Ich mag dich an Ich geh' zu Zerbro stirb Ähm, Thomas stirb Nene, ich wollte dich eigentlich nicht grad retten, weil ich dachte, er hat mich im Haum oder was ist Tobi hat gerade volle Kanne dein wunderschönes Kostüm versaut Ja Ich spreche euch hallo Wer lebt hier wieder? Achso Niemand, niemand Zerbro ist so dumm Hahahaha Aber sieh da, guck mal, so von vorne, guck's dir mal von vorne an, ja Kopfkörper Tarko ist trotzdem dumm Einmal Mach ich Tarko ist nicht dumm, der ist bösartig Jaaaa Guck's dir mal so von vorne an, ja Ja, ja Mit dem, mit dem Ihr sollt euch nicht gehen, es seid euch die, die Tüten angucken Ok, was hast denn da schon wieder? Wo warst du denn schon wieder rumgelutscht? Dein ganzer Mund ist verlaufen Stirb Wer hat der, wer hast du schon mal bebracht? Nein, Herr Wen hab ich jetzt? Den Arsch, Junge Hör mal, findet hier keiner dieses verdammtes Ding da für das Boot, dieses Mh Mh Jungs, klären wir mal bitte auf das Mh Nein Nein Da hört so ein komischer Freak zu Der rum, wenn der einfach so Leute absticht Wenn die anderen, ob der keine Hobbys hat Deine Mutter, da ja Attraktiv, ja Aber Arsch bist du, ja Was willst du denn jetzt zu Mh? Tobi mal an Ja Deine Mutter Weißt du was Deine Mutter Deine Mutter Deine Mutter auch Schinken, Junge Deine Mutter Wo musst du anrufen? Die liegt voll auf den Tisch und da kann jeder ran Hahahaha Eine Mutter ist aber schon tot Wie heißt das Teil macht Spaß, oder? Ja Wer lebt denn jetzt überhaupt noch? Ich Thomas, wir sind die letzten zwei, Alter Das ist doch so kacke, Alter Gerade Die zwei mit den geilsten Ärschen in dem ganzen Spiel Ja Das hab ich jetzt immer nicht gehört, ne Ich hab ja auch nicht gesagt, dass du zuhören sollst Was die, wie bist du denn gestorben? Vor allen Dingen wo? Im Bett Er wurde gerammelt Ah War du von der Bettkante gestoßen War ich weggebämst Ja, zu böse zugestochen Autsch Tarko hat halt dafür kein Gefühl Hanni jetzt such den hm 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 Ich bin jetzt tot Ich mach ja schon hm 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 Oh oh Ok ich bin, ich bin weg Ich guck nicht, guck nicht, guck nicht, guck nicht, guck nicht Es ist vorbei, ist vorbei, ja bitte bitte Wieso bin ich schon wieder der Letzte, Alter Ich bin, ja, ich Äh, warum hängen die Leichen vom Dumus in der Luft? Ich kann das Nö, der liegt bei mir am Boden Nö, bei mir hängt er in der Luft Nö, ein Bein hängt in der Luft Ein Ständer Also Hanni Aha Tarko, du bist so assi Du bist so assi Nein Also, wenn ich denn grade da liege und das habe, dann geht mein Bein nach oben Och man So, ich möchte ja jetzt mal konstatieren, ne Die Jungs sind volle Kanne frauenfeindlich Öh Was? Ich sag nur gleichberechtigte Runde, ne Ja, da, da hab ich nie von geredet Ich bin hier der Meinung, ihr solltet mich eher nicht zu schätzen Und euch opfern Och doch, Hände, du scheiß Killer, Alter Ich könnte mein Sperrma opfern Och, ich hab gedacht, dass in der Tür, oh toll, die ist anlegen Und dann die sagen Sperrma den Mund auf, oh Ja, ha, ha, ha Heike willst aber worum wissen, Leute Ich gar nicht Nein Blöder Sack Lauf, lauf, lauf Lauf, lauf Lauf, 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 lauf Die läuft nicht, die läuft nicht, die läuft nicht, warum läuft die nicht Weil ich die schon, weil ich die getroffen habe Weiße, ich wär schon dreimal tot gewesen, ne Ich hab mir jetzt sofort nachgehauen, ne Hör doch mal auf mit deinen Messern Das liegt falsch Das Schwein Okay, in dem Sinne Bis nächstes Mal War's gut Zappel 6, 6, 8 2 sind draußen Oh Was? Echt? Mais Mann So, ich will aber jetzt mal noch was anderes machen Mami Ich mag das Wenn Wenn ich Euch alle töte Na, ist Schon klar Ne Ne Killer macht mir aber mehr Spaß, wie Überlebender Ich würd ja gerne mal den Killer aus